Ich möchte ganz herzlich alle neuen Abonnenten begrüßen auf meinem Channel. In diesem Video möchte ich eigentlich nur klären, warum ich diesen Account habe und für was ich den verwenden will. Es wird jeden Montag ein Nageltutorial geben, dazwischen Produktbewertungen oder eben auch Musikvideos. Infolge dessen, dass jeden Montag ein neues Nageldesign-Video online sein wird, habe ich mir folgendes überlegt. Ich nenne es My Summer Nails. Das wird die nächste Serie sein. Die nächsten paar Designs werden My Summer Nails 1, My Summer Nails 2, My Summer Nails 3, bla 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 bla. Und danach geht es dann weiter mit den ganz normalen Nageldesigns für alle möglichen Anlässe und mit allen möglichen Ideen, die dahinter stecken. Also wenn ihr noch Ideen habt, was ich machen könnte, schreibt mir. Ich würde eben gerne auch zeichnen und würde das auch filmen oder backen, könnte ich auch. Schlagt mir vor, was ihr wollt. Oder ich werde es machen, wenn es mir auch gefällt. Die? Die. Ich glaube, das war es für heute. Danke fürs Zusehen und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Thumbs up und abonniert mich. Ihr könnt mich auch auf Facebook liken, ich habe den Link unten drin. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen.